hallo und zurück hier bei silicon bread und einer weiteren folge von last stop der einstieg war schon mal sehr interessant wir haben hier unsere drei charaktere fassen wir kurz zusammen john smith bzw jetzt jack also er sah anders aus sagen wir so er hat mit seinen nachbarn die körper getauscht die mina ist irgendwie so eine agentin oder so wird ein bisschen affären und die haben irgendjemanden verfolgt bei denen immer frauen ins haus reinkommen aber nie wieder rausgehen und haben ihn verfolgt zu und zu sehen was da los ist und ich hab's ein bisschen verkackt ja das war die frage ist machen wir das immer nach der reihenfolge mit links rechts ja komm machen wir mit der mina weiter schauen was jetzt hier ist ich bin und das was ich gesagt habe ja also können wir uns kann nicht mehr die zusammenfassung sparen innere unruhen kapitel 2 und treu wo sind wir jetzt hier besuchen wir die amy nein bis vor unserem vater den wir abgewiesen haben er ist nicht sehr inwiegust komm ich bin mit komm ich bin mit robote 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 diese auswahldinger sind immer noch ein bisschen kompliziert diese arme diese alten leute immer noch aufregen wenn wir das wiederholen wenn wir das wiederholen dann muss ich dir das wiederholen es ist ein mysteriore warum du dich nicht mehr kommen schau dir das schau dir, wir kommen einfach aus der Haus ich weiß nicht, schütze die Börder naja, nicht mehr nicht mehr, schau dir warum ich nie immer noch nie kann ich mir meinen Großvatern Das stimmt doch gar nicht. Er kam die letzte Woche. Aber du kommst hier jeden Tag. Gehen geschehen. Und bist du nicht glücklich, dass du so eine gewöhnliche Daughter zu haben? Hast du noch deine Allotung hier? Die Böder haben sie von mir ausgehoben. Was ist passiert? Gott sei Dank. Was hast du diese Zeit gemacht? Die Faschisten-Klaus-Rankste und hat mich ausgerufen. Ich habe nicht den Stomach für meine radikalen Proposal-Rankste und da ist es. Was ist denn mit dem los? Schön ist es doch hier. Die Strache ist ein bisschen hakelig, aber ja. So, setzen wir uns hier. Ist doch ein guter Platz. Hier geht's, Kameraden. Geh' deinen Becken rund um dieses Manke-O-Bread. Hab' ich was auf dem Herzen? Ja. Dad? Ich... ...wollte dir was fragen. Ich kenne diese beiden Tony und Alistair. Mangy-Eltere-Bear. Tony und Alistair. Ehe Probleme. Ja, das glaube ich auch, dass wir hier Eheprobleme haben. Sie und Mom hatten einen Problem? Was? Problemen da hier? Ich weiß nicht, ich war nur interessiert. Sie und Mom haben uns 40 Jahre getroffen. Das war ein langes Zeit, um mit einer Person zu sein. Wo hast du diese Idee? Unsere Becken war stark. Meine Mutter, deine Mutter blieb wie Gold. Sie wissen, sie sah die Schönheit in allen Dingen, Nene. Nichts egal, wie kratzt und zerstört. Spendend 40 Jahre, die Welt durch ihre Augen gesehen hat, war ein Privileg. Sie konnte uns. Sie sicherlich hat die Measure of Us. Remember how she used to call us a pair of chattering jackdaws? Always squabbling. Haha, squawking is the word I think she used. Ah, your mother loved coming here to feed the words. You know, everything took a turn for the worse when she loved us. Komm, ja. Positiv denken. Mhm. But, we all have to push forward. You had a loving family. Hm. I don't know why you turned out like you did. Woah, was soll der Vorwurf hier? Es ist schon spät. Es ist schon spät. Hm. You had enough of me, I see. Okay. Take me home. I imagine you're in a hurry to get back to work. No, I'm done for the day. Good. You'll have time for a couple then. Na klar. Immer schön Zeit mit dem Vater verbinden. You know, Julia from the book club. Anyway, she was trying to get me to sponsor a boy to find some hidden South America. Can you believe the cheek of it? But there's climbing a mountain, let alone traveling all the way to Argentina have to do with charity. They got it the wrong way round. I'm not paying for someone to have a lavish holiday. Who do they think they are? It's an insult, to be honest. And if you want a holiday, you could have a weekend in Wales like the rest of us. Shai, I'll have a little more shorter than that, Mini. Okay. Mini. A little more. 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 Tee in your sugar. Aha. Was is this? Oben. Oha. Oha. Bewusstseinsstrom. Ist das eine Falle? Was zur Realisierung los hat? Oha. Oha. Die versteckte Päckchen. Entscheiden nichts an der Person vorhanden. Versteckt zu haben. Eine versteckten Wahn. Ich kann annehmen, dass ich sein gesamtes Versteckt ausgeräumt habe. Auch keine Anzeichen von Mithörern. Die Polizei hat ihn noch nicht geschnappt. Äh. Obwohl ich es schon vermissen würde, wenn er etwas Feineres kaufen würde. Bei dem Teebeutel war der schon immer geizig. Aha. Abwägung der Umgebung. Offenes Gebäude mit großen Fenstern. Anfällig für Überwachung von außen. Sichtlinien sind jedoch verdeckt. Nicht Blut unterlaufen. Nicht Gewaltheit. Keine Anzeichen von Rausch. Erscheint zurechnungsfähig. Jedenfalls für Dates Verhältnisse. Annehmbar. Ich kopiere hier gar nichts. Sind die echt? Ist das was ich denke es ist? Oh hä? Wieso hast du die? Wieso hast du die? Oh stopp in such a wetblanket. They're therapeutic. I use them scientifically. Überrascht? And I thought I was the screw up in this family. They're psychedelics. Safer than riding a bus. You know? I take them to broaden my mind. Okay. Von wem? Did someone sell you these? Oh, so the stop shirt is taking an interest, huh? You want some? Try one of mine if you like. Ah. Who is your dealer? No. I mean, just tell me who the dealer is. Oh, you wouldn't believe the things I've seen in me. A bizarre city in the middle of the desert with strange beings with red and green skin and a huge flower with glowing walls. Oh, you're good. There's a bit of a bit of a... Tell me who sold these to you, or I swear I'm going to walk out right now. He calls himself spider. He is very easy to find. I looked him online at the library. Here. I'll write down... 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 Felix... Oh, God. Okay. What have we written with Felix? Hast du gestern Abend die Dokumentation über Badger gesehen? Ich fand sie ziemlich gut. Hab sie nicht gesehen. Hast du heute Abend Zeit? Ab heute Abend war's vorher, aber wir könnten uns vom Mittagessen treffen, wenn du magst. Ich komme vorbei. Weh, du bist nicht zu Hause. Oh, Dominant. Wie der Zufall es will, bin ich zu Hause. Bin gerade von der Arbeit gekommen. Hab überlegt, zum Supermarkt zu gehen, um was zu holen. Aber wir könnten auch auswärts essen, wenn du magst. Keine Zeit dafür. Ich hab nur circa eine Stunde. Dann bin ich weg. Ha! Feurig. Ist das also eine schnelle Nummer? Wenn du das willst. Ha! Also, wollen wir was Heißes? Wie? Ja, wir könnten was zum Mitnehmen bestellen. Moment, tut mir leid. Dein Unterton ist völlig an mir vorbeigegangen. Ehe, diese schmutzigen Gedanken. Ich kann dir auf jeden Fall meine Bad-Qualitäten unter Beweis stellen, wenn du das willst. Sorry, ich bin mir nicht sicher, ob die letzte Nachricht gesendet wurde oder nicht. Ich hab mich noch nicht an das neue Handy gewöhnt. Sorry, ich hab sie gerade erst bekommen. Ich war in der U-Bahn. Bin in 15 Minuten bei dir. Ah, okay. Kann nicht aufhören, an gestern Abend zu denken. Boah. Komm, sagen wir mal forsch. Wie, du bist gerade nicht zu Hause. Ich bin bald zurück. Ich bin bald wieder und check auf dich. Nicht mehr über diesen Schmutz. Oh, ja, ja, Kind. Lass mich ab. Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Nein. Wir kennen uns nicht. Hallo. Ich glaube nicht, dass wir uns vorher kennengelernt haben. Du bist Wendy, nicht wahr? Genau. Sieht aus wie die Donner irgendwie. Bleib gut. Ich bin Mina, dein Vater Freund. Ich weiß, wer du bist. Mhm. Bleib höflich. Nettes Gespräch. Nettes Gespräch. Ich würde besser gehen. Es war schön, dich zu treffen. Natürlich. Ich mag deine Wettbewerbung. Hey, du. Ich erwartet dich heute nicht. Hab ich doch geschrieben. Wer hat dir erzählt, dass ich verheiratet bin? Ich bin der Bösewicht. Ich bin der Bösewicht. Ich bin der Bösewicht. Ich denke, dass ich ein Fehl gemacht habe. Nein, keine Angst. Wendy ist nur ein typischer Bösewichter. Sie weiß alles. Wie viel weiß sie? Ich habe keine Gefühle von ihr. Sie ist eine erwartene Mädchen. Hm. Nicht so ideal, ja. Das könnte Dinge so schwierig machen. Ich glaube, ich könnte immer versuchen, wenn ich sie vorbei bin. Ich nehme sie für einen Koffe oder etwas. Nein. Du denkst, sie würde das gehen? Äh, wahrscheinlich nicht. Danke für die Unterstützung. Keine Mühe, zu schwarzen. Ja, ja. Haben wir einen Feind, Wendy. Wer ruft an? Schön, dich kennenzulernen. Ja. Hallo, Herr Spider. Schön, dich zu treffen. Wie geht's? Ist das ein Feind-up oder was? Komm zur Sache. Ich schaue ein bisschen Geld. Kannst du dir helfen oder nicht? Ich weiß nicht, was du sagst. Äh, Geld. Oh, das ist ein Schade. Wenn du nicht in meinem Geld interessiert bist, werde ich den anderen Mann holen. Oh, da ist der Ding. Der Jack. Der John. Ah, das war die eine Szene. Im ersten Kapitel. So, was haben wir hier? Ach, der Arme, Dan. Ey, Babe, kannst du auf dem Weg nach Hause nicht mitbringen? Schon gut, ich habe selbst besorgt. Wann kommst du nach Hause? Babe? Sorry, ich hatte den ganzen Tag Besprechungen und musste mein Handy ausschalten. Jetzt bin ich aber auf dem Rückweg. Hast du schon gegessen? Okay, mach dir keinen Kopf. Ich habe mich gefragt, wo du warst. Ja, Delvin und ich haben noch etwas gegessen. Ich habe dir aber etwas aufgehoben für den Fall, dass du noch nichts gegessen hast. Danke. Tut mir leid, diese Woche wird noch nichts gegessen. Okay, das ist manchmal etwas später. Ist viel los auf der Arbeit. Ich verstehe. Danke. Hey, Babe, ich bin kurz raus, um Delvin vom Karate-Unterricht abzuholen, falls du dich wunderst, wo ich bin, wenn du nach Hause kommst. Ich kann mich nicht erinnern, ob du was dazu gesagt hattest, aber isst du heute bei deinem Vater? Ich habe einfach mal genug für dich gekauft, wenn du mir in der nächsten Stunde oder so sagst, wenn du wieder da sein wirst, können wir alle zusammen essen. Sorry, ja, das wäre wundervoll. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Dad. Sollte nicht allzu lange dauern. Wenn ihr warten könnt, könnten wir so gegen 20 Uhr essen. Okay, super. Gut, dann warten wir auf dich. Grüß Samir von mir. Ah, ich mag Samir. Erst unter mich. Gehe berufsam vor. Könnt ihr auf mich warten? Komm, sind wir mal freundlich. Nein, tut mir wirklich leid, aber ich wurde kurz vor dir ins Büro gerufen. Könntest du noch etwas länger warten? Optimistisch. Vermutlich nicht länger als eine halbe Stunde. Okay, wir können auf dich warten. Es wäre schön, diese Woche wenigstens einmal als Familie zu essen. Denkst du, du könntest vor 21 Uhr hier sein? Ist er sich sicher? Bereite ihn auf eine Enttäuschung vor. Mhm. Bin auf jeden Fall bis dahin da. Warum nicht mehr bis dahin nicht? Das ist okay. In der Zwischenzeit mache ich mir wach. Viel zu schnell. Was für Sackgassen gehe ich hier? Die Mina, die und ihre Probleme. Dan tut mir leid. Bzw. alle tun mir leid. Was ist hier los? Ah, die Spinne. Bist du die Spinne? Ja. Bist du die Spinne? Ja. Das ist richtig. Lass uns das dann machen. Was hast du nachher? Ja, okay. Schau dich an und schau dich an. Du hast einen guten Rund gehabt. Du hast ein bisschen Geld gemacht. Aber du bist fertig. Du wirst nicht mehr auf diese Scheiße hier verkaufen. Und wenn ich sonst lerne, werde ich schlafen. Du was? Ja. Du hast es schon gehört. Du hast es schriftlich. Du bist ein bisschen schlafen, nicht wahr? Welche Part willst du mich repetieren? Oder hast du es handwritten in Block-Kapitals? Vielleicht kann ich es dir e-mailen. Ich habe ein paar Mäste an dir. Jog auf, Liebe, bevor ich es zu Herzen nehme. Okay. Wir nennen wir es hinter uns. Oh, Spider. Du bist so weck, pathetisch. Jetzt gibts aufs Maul. Oh, Messer. Okay. Bin ich gerade Hungergesundheit, bin ich das? Ja. Such nach Schwächen. Unpassendes Schuhwerk. Socken ohne Schuhe erhöhen das Risiko, Blasen zu bekommen. Verminderte bipedale Leistung. Modebewusstsein weiß Symptome eines Schwachkopfes auf. Tätis. Taubenbeine. Ausgebringter Muskelfund im Quadrizex. Gefahr eines kräftigen Angriffs von unten extrem gering. Was haben wir hier? Hat die Angewohnheit, einen Buckel zu machen. Sein Gleichgewichtszentrum ist gestört. Wahrscheinlich aufgrund mangelnder an der Eroberbewegung. Wacher Bizeps und Unterarm. Allgemein körperlich schwach. Ungleiche Muskelmasse zwischen beiden Armen. Deutet auf übermäßige Masturbation ein. Starker Achselgeruch deutet auf chronische Nerven hin. Jetzt soll ich das Messer nicht langschauen. Abwehrmlich. Oh, ja. Au, au, au. Genau. Klar und deutlich. Nochmal. Ich werde dich finden. Hau ab. Gavin. Noch einmal, wenn du hier Drogen verdickst. Aber es ist medizinisch für meinen Vater. Was ist das für eine dunkle Gestalt dahinten? Du bist so tot. Wenn du mir nicht meinen Führerschein zurückgibst, schlage ich dir die Birne. Ah. Ah. Wenigstens ist er nett. Insgemeinte Warnung. Gavin, das lässt sich alles als Beweismittel verwenden. Ich rate dir mich nicht noch einmal. Birne. Wenigstens hat er es korrigiert. Zuhause. Bitte, bitte. Passiert jetzt nichts hier. Oh. Essen mit der Familie. Bitte. Was? Tja. Zwei gegen einen. Ich fühle mich an. Ich fühle mich an hier. Mama hat einen wirklich wichtigen Job. Es ist eine große Herausforderung, wo die Besten gewinnen. Und Mama ist die Bestie. Du bist auch die Bestie. Hm. Süß. Er war der Beste. Du weißt, dein Vater war ein wunderbarer Rumpflammer im Tag. Er war in Magazinen, Büchern, allerlei. Ein ganzes Name in diesem Welt. Bevor er es aufgewandert hat. Ich wusste das nie. Welche Magazinen? Eine Geschichte für eine andere Nacht. Jetzt. Komm her. Oh. Wirklich? Ja. Komm her, Dylan. Ich werde dich in. Oh. Dad. Kannst du das nicht tun? Hör auf deine Mutter. Autsch. Wenn er will. Nein. Das ist alles gut. Ich werde mich hier verleihen. Du nimmst ihn ab. Anscheinend mag er uns nicht so. Ich werde heute Abend kanceln. Warum? Was ist falsch? Das ist nicht richtig oder weiß er Bescheid? Ja, es ist nicht richtig. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin nicht sicher. Felix. Gib mir ein bisschen Zeit. Ja, Mann. Kümmere dich mal um deine Familie, Mina. Wir arbeiten hier mit Robotern. Das hat also der Vater gemeint. Okay. Okay. Große Regel. Das ist großartig zu hören. Wann starten wir? Noch nicht. Ich möchte Amy einen Schuss geben. Wir werden noch weitere Interviews machen. Nur die beiden. Keine Erfahrung. Warum? Warum sie? Na gut. Woher? 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 Peter. Ich hätte den Zickenmodus aktivieren müssen. Oh, das war's. Okay. Ja. Ihr nehmt schon ein bisschen Fahrt auf. Gefällt mir. Ein bisschen schlechtes Gewissen. Der Vater. Der Junkie. Junkie. Okay. Dann machen wir mit dem John weiter. Oder Jack genannt. Wie auch immer jetzt. Was da passiert. Los, John. Die Frage ist... Schöne zusammengefasst. Schöne zusammengefasst. Das könnte jetzt auch interessant sein. Papier Poppen. Kapitel 2. Gespaltene Persönlichkeit. Oh, ist hohe jetzt. Oh, Molly. Sie ist hier. Hier geht es gut. Sie ist hier. Okay. Gut. Sie sind hier. Sie sehen meinen Vater? Ich denke, er ist krank. Ja. Kannst du mich rein lassen? Okay. Ich glaube nicht. Er hat sich in seinem Bett. Lass mich mit ihm reden. Lass mich mit ihm reden. Der dreht durch. Tja. Willkommen in meinem Leben. Die Musik. Bleib mal locker hier. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. What the hell has happened to me? Komm schon Jack. Please say that she wins there. What the hell is going on? Why do I look like a terrible battle fan? Hey, 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 hey. Jetzt bring mal locker. Gerückt. Who the hell are you? Why do you sound like me? Wenn man nicht du bin, mach die Tür auf. Just open the door. Bleib ruhig. Jesus! H. Christ! Du hast mein Körper verloren. Was ich? Ich habe nichts getan. Denkst du, ich habe eine Ahnung, was passiert? Warte. Ich habe diese Gesichter im Schaum. Das ist dein Körper. Ja. Ich bin hier. Ach, der checkt. Der weiß doch gar nichts. Nein! Bleib mal locker. Er braucht Ruhe. Er braucht Ruhe. Okay, well. Let's leave your dad to have a rest. And I'll get you off to school. Sure. Sure. What's wrong with my dad? Ich dachte, er dreht völlig durch. Mal ein Problem. Er hat nur einen glänzigen Halt. Nichts ernsthaft. Er hat wahrscheinlich nur ein... ...iges Geholtes-Mit oder was. Er schreieb um wegen einer glänzigen Halt. Vielleicht war das Gelie. Guter Punkt. Ja, er hat ein bisschen ein Biss in seinem Raum gemacht. Grice. Ist der Vater wieder zu ein Hospital gehen? Nein, ihm geht's gut. Nein, er wird nicht mehr zurück in normalen Zeit. Nur, er muss manchmal zum Doktor gehen, um sein Herz zu sein. Er hat mich mal einen Moll. Er wird alles gut. Er hat mich nie mal einen Moll. Oh. Riech. Hi. Hi, Molle. Oh. Hallo, whoever you are. Hi. Hey, Shaz. This is Jack. Hello, Jack. Molly, where's your dad? He's not feeling well. Jack said he did number two all around his bedroom. Then he walked me to school. Oh, ooh. Danke, Molle. Hey, thanks for that colorful interpretation there. He, he, he's fine. He's just a bit ill. Who are you again? I told you, he's Jack. Why don't you run away to school? Why don't you run away to school? Why don't you run away to school? Okay, what's really happened to John? Why the hell are you taking his daughter to school? Okay, I can explain. You better, I'm calling the place. No, I'll be the next. Uh, 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 who's a? I'm, um, John's cousin. Right. Why don't I believe you? Just me if you like. Ask me something that only someone close to John would know. I'm not playing games. Bitte, bitte, bitte? Well, what's John's mom called? Boah, fuck out of it. Biggest Phobia? Schnelle Fahrten. Ich glaube, egal, was ich nehme. So is it. I am. Look, I'm glad I bumped into you actually. He asked whether you could tell Clive he won't be in today. He's going to be in the shape for that. But sure, I can tell him. Thanks, Shaz. Shaz, yeah. I appreciate it. John is so fragile. I often say he could use some help around the house. Well, he's not that fragile. Er ist doch schon weg. Der ist weg. Das Zimmer ist offen. Oh Gott, er ist weg. Ist er bei sich drüben? Jack, wo bist du hier so ein? Oh Gott, das wird was. Es ist angekommen. Oh nein, nicht das schon wieder. Amy. Amy. Ach, es ist doch die Amy, die andere Anwärterin von Amina, oder? Sag dir, Nährstoffpulver, Mahlzeiten, Nährstattsprodukte sind die Zukunft. Ein Vorwort für sechs Monate. Du bist irre. Wie kannst du dir diesen ganzen Müll leisten? Ganz viel Kohle. Keine Ahnung, ich kann in meinen 30er anfangen zu sparen. Lol, du bist eine Inspiration für uns alle. Oh Mann, ich habe gerade diese krasse Quadcopter-Rendrohne online zum Verkauf gesehen. In professioneller Qualität mit leistungsstarken Motoren. Machst du dieses Wochenende irgendwas vor? Dazu ein cooler neuer Keller. Dampferladen eröffnet. Super exklusiv. Ja, da muss ich dieses Wochenende arbeiten. Ich muss mich auch ein echt wichtiges Vorstellungsgespräch vorbereiten. Ja, das ist clever, die Amy. Oh cool, du existent Job. Nein, das ist eine Beförderung. Ah, klasse. Was machst du dann da? Nur eine mehrführende Rolle übernehmen. Leider kann ich nicht wirklich mehr dazu sagen. Oh, Geheimnisse, ich gefällt mir. Jack, wo bist du hier? So ein schräger Typ, der meinen Namen kennt und ständig von dir redet. Wer zu hell ist das? Äh, spiel die Dumme. Jack. Das ist Jack. Da, wo du bist, ich bin schon unterwegs. Leider, der Typ ist mir unheimlich. Der ist nicht der Schlauste, der Typ. Ach, je, 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 je. Jack, what the hell? Do you know this guy? Amy, it's me. I'm Jack. Hm, Nachbar. He's my neighbor. He's not feeling very well. I think he just took some tablets. I stay. Die Drogen. How does he know my name? He's lying. Amy, it's me. We've been friends forever. Äh. Oh, äh. I guess I told him about you. Why? What did you tell him? Dass du nett bist? Oh, you know. Just that you're really nice. That you're a nice person. That you're really good. At running. Your favorite ice cream is rum and raisin. Your favorite Sportage basket. Oh, Gott. Nein, du bist so was. But you never tell anybody. Shut up. Did you seriously tell him all this shit about you? Er hat mein Tagebuch gelesen. No. I, ähm. Keep a diary. Are you ready? Oh, bastard. Oh, well. I'll look after him. Why don't you go to, äh. Work? Don't go. Amy. Amy, help me. I need your help. Ach, der versaunt alles. Es tut mir leid. Great idea. Sorry again about this. It's nothing personal. You just need a cup of coffee to straighten him out. Yeah. Bye. Oh, nein. Stay away from me. You've done this. You've put us... Hey, komm mal wieder runter. Du bist schuld. Wir sind beide schuld. Wir sind in der gleichen Situation. Ich weiß nicht, wie viel calmer ich bin. Jetzt stopp, damit wir über das reden können. Just leave me alone. Oh, komm, mein Körper. Das ist so weirrt. Jesus, hast du niemals exercise? Haha. Das ist ein Zeichen. Ja, das ist mein Körper, der sagt dir, um die Hölle runterzunehmen. Ach, komm, wir müssen jetzt stehen. Ich kann nicht even look at you. This is so best out. It's the same for me as it is for you, you know. Come on. I buy you a coffee. Komm, wir reden jetzt rüber. Der Fremde. Magie? Nee. Nimm dir frei. Let me call in sick for you. Actually, not a bad idea. Okay, look for Sonja in my contacts. She's the receptionist at work. Tell her I got the squids or something. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. Schau mal an. It's Ringing. Genau. Tab Games. Sonja speaking. Hi. Doe ich für's. Hey, Sonja. It's Jack. I'm not gonna be able to make it in today because I got the squids, I'm afraid. Oh, Skyver. No worries. I'll tell Derek. Enjoy your lying. Danke. Sonja. Mach ich. Thanks. I will. Done. Yeah. Sonja ist safe. Sonja ist safe. Hey, hang on a minute. Your phone's buzzed. Hansry. Say you're me. Hello? Mmhm. Yeah. Yeah, I see. Yeah. Okay, thank you. Er versauts. Er versauts. Und? Well, where's your daughter's school? I said to let them know in future if you plan to keep Molly home for the day. Such an idiot. I shouldn't have taken her to school. She must have been so confused about everything. When you drop her in my body, I mean, she possibly thought that was a little bit weird. Shut up and help me look for her. Hey, relax. Look, she's probably just in the park, right? Playing on the swings, like, you know. Ach Molly. Da läuft eine Person in den Boden hinein. War klingt gut. War klingt gut. I just like the swings. Okay, let's try that first. Hey. Wird ja auch so gehen. Ja, genau. Wie zu jung. Genau. Ach, da ist sie, da ist sie. Ach, Gott sei Dank. Der Jack, der ist ja völlig durch. Überhaupt keinen Plan vom Leben. Molly. Geh jetzt hin, Jack. Und versau's nicht. Da ist sie ja. Oh, hi Jack. Nice to see you. Hi. Ein bisschen? Nee, 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 nee. Wollen die da raus? Äh, ich denke, ich werde die Eltern hinführen. Danke sehr. Warum habe ich so weirrt? Dad, ich habe Angst, du warst schlecht. Also ich wollte, zu Hause gehen. Aber dann wurde ich Angst, dass du Angst hast. Wollt ihr euch sagen, oder bin ich? Ich muss es dir erklären, haben wir jetzt was zu sagen, komm. Das ist etwas, was du mit dir erzählen musst. Lass uns zurückkommen. Es wird nur schlimmer, wenn wir das jetzt vertuschen. Warum Jack ist hier? Ich denke, du solltest John das fragen. Ich meine, Jack. Du hast etwas, was dir zu sagen, das alle drei von uns effektivt. Ist es um unsere Post? Genau. Warum die Post? Such ein Gleichnis. Okay. Let me see. Oh. You know, an Halloween, where everyone dresses up in different clothes, it tends to be someone else. Well, this is a little bit like that. What? Our brains have got swabbed. So ungefähr. That's basically it. And I know I don't look it, but I'm your dad. Is that weird? And I'm Jack. Just so I'm clear. Yeah. You've swapped brain? Yeah. And you're my dad. Yeah. And this isn't a joke? No. Okay. Okay. Tja, wenn ich das wüsste. Erstmal herausfinden, was hier los ist. Ich werde es rauswaschen. Ich werde es mit tauschen. Ich werde es mit tauschen. Das ist sie. Man gewöhnt sich dran. Ich weiß nicht, wie meine Klautern so schlecht sehen, wenn du sie weißt. Wir müssen uns einen Klautentransplant machen. Ich glaube, die werden es sich ziemlich gut anfreunden. Ich habe Freunden überhaupt nicht gekannt, aber jetzt. Schön hast du es hier. Vielleicht ist ja morgen alles wieder vorbei. So, was nehmen wir? Das T-Shirt haben wir schon angehabt. Ach, nehmen wir hier das. Weiß. Denk doch mal mit. Boah, das klingt... Ja, aber... Das klingt auch ganz komisch. Eine Sache nach der anderen. Das geht schief. Das geht richtig in die Hosen. Huh, das wird spannend. Da freue ich mich schon drauf. Also, Donner. Mal schauen, was jetzt hier los ist. dieser komische nackte Typ mit grünen Augen. Aber schauen wir uns die Zusammenfassungen an. bis zum nächsten Mal. hö. ich hab's ein bisschen verkackt beim video aufnehmen mal schauen unbekannte gefahr kapitel 2 der gefangene wo sind wir hier überhaupt das war die frage im letzten mal beim letzten mal ich muss jetzt gehen meine schwester ist da kommen wir lauten jetzt immer die wahrheit aus schnell nach hause es ist schon dunkel das gibt ärger lauf 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 ach dieses london frag mich welches jahr wir haben in der einleitung war es 1982 oh da ist jemand das ist nicht gut wer ist das sorry bett lehnten entschuldigung was 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 Ich bin nur noch, um sich zu Hause zu Hause zu Hause. Ich frage mich, wie hat der Vex-Pierreut sich über seinen Sohn zu Hause zu Hause? Warum nicht ich ihn nicht fragen, während wir hier sind? Ich hoffe, er will mich auf seine Tür knacken, in der Mitte der Nacht. Wir sollten nicht auf den Vex-Pierreut, er ist schlecht. Er hat ähm... Gingivitis oder etwas. Babe, es ist ziemlich late. Vielleicht sollten wir alle nur nach Hause. Ja, komm. Ja, haha. Ich weiß nicht, was passiert mit dir, Donna. Du bist immer in deinem Kopf. Du bist nie zu Hause. Du hast nie zu Hause. Du hast nie zu Hause. Okay, ich verstehe. Ich bin totaler Schropp. Bist du jetzt glücklich? Lass uns nur darüber sprechen. Okay. Ich habe alles, was ich kann. Du, zwei, kannst du es unter dir selbst entscheiden. Sehr gut. Ich weiß, Em kann ein bisschen stark sein. Aber sie liebt dich. Sie hat deine besten Interessen. Hm. Ja, ich nick zu. Ich bin müde. Ich bin müde. Ich bin nicht deine Freundin. Ich werde nicht fragen, wo du warst. Aber du kannst mir immer sagen, ob du in Probleme bist. Direkt? Ach. Ja, du hast einmal 120 Jung die Kurve. Was ist denn mit dir falsch? Ich liebe deine Freundin. Ich möchte uns alle sicher sein und zusammenkommen. Okay. Ja, das ist gut. Was ist denn mit dir falsch? Ich bin sicher, dass nichts passiert heute Abend. Es ist nichts falsch. Es ist nichts falsch. Ich beruhige sie. Sie ist doch ganz nett. Die Donner ist ein bisschen rebellisch. Jetzt hat sie ein bisschen Panik. Was passiert ist? Aber was sind sie mit den anderen zwei? Wie weg? Und wer ist die andere? Becky? Da kommt doch jemand gleich durchs offene Fenster. Okay, was haben wir hier? Keine Gruppe, also. Wilf, schwänzt du? Ja, Wilf? Der Unterricht sollte morgen interessant werden. Du musst mich auf dem Laufenden halten. Ha! Schon okay. Ich habe die perfekte Entschuldigung. Meine Oma wird beendet. Das hast du schon mal gebracht. Ja, aber diesmal könnte es mütterlicherseits sein. Oh, das ist dreist. Du bist krank. Emma ist okay. Ahnt nichts. Wer geht's da drüben? Leute. Ich habe euch beide versucht anzurufen, aber ihr nehmt nicht ab. Langsam mache ich mir so. Schreibt mir bitte zurück. Puh. Das ist mein Ernst. Ich hoffe, dass ihr nicht tot seid. Das wäre dumm. Ah, heute Nacht. Die ist immer noch wach. Meine Güte sind die aus dem Laufenden. Jetzt bin ich wirklichrau. Blödes angekündigt. Wo sind denn meine zwei Leute? Viv. Und Becky? Das ist gar nicht gut. Bitte seid da. Macht keinen Scheiß. Okay. Das war die... Das war die Becky. Ich glaube, die Becky wird sich jetzt gegen uns verschwören. Falscher Weg, natürlich. Komm, wir gehen einfach über die Straße. Oder diese Tür. Auch nicht. Diese Tür. Okay. War ja schon richtig. Okay. Oh, oh. Er hat Klamotten an. Ich glaube, er wird. Hey. Hey. Ich habe dich allgemein alle Nacht gezwungen. Wir mussten aus der Grieche gehen. Ich habe mein Handy, damit ich mein GPS nicht benutze. Wow. Wie hat er die Batterie ausgetauscht? Wie hat es mit deinem Sohn gemacht? Gar nicht gut. Nicht erwähnt. Vielleicht will ich das tun sollen. Ich komme mit. Ne, mehr essen ist gut. Okay, das ist okay. Das eskaliert doch hier. Nein. Bleib mal ruhig. Da lang, da lang. Ach. Das ist doch völlig... Lasst ihn doch einfach frei. Wird's schon nichts tun, oder? Hi. Kann ich einen Stanley Knife haben, eine Rolle von Ducttape und ein paar Double-Fixit-Tiefe? Wie alt bist du? Sie zwei sind in der Schule. Es ist ein Lehrer-Trainings-Tag. Genau. Weitere deine Schule-Uniform jeden Tag, oder? Ja. Okay, du hast uns. Wir sind in der Schule. Wir bauen einen Computer aus der Schule. Und wir brauchen einige Zip-Tie, um die Kabel zusammen zu halten. Und den Knife, um es zu kümmern. Bravo. Aber du weißt, du musst dich essen, um einen Knife zu kaufen. Was? Du wirst das nicht wissen? Tatsächlich nicht. Ach Gott. Das ging gut. Oh, es ist gut. Ich habe all diese Dinge für mich. Oh, du kleine Fieber! Komm, lass uns nicht aufhören. Ich bin nicht genau gefühlt über die Stadt mit all dieser Verluststation auf uns. Essen? Essen? Mr. Hughes? Was machen ihr hier? Warum sind ihr in der Schule? Was tut er hier? Lüge, Lüge. 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 Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schaube. Ich habe keine Zeit für das. Aber zurück nach Schule und wir reden über das nochmal. Ich habe eine andere Zeit. Zu nahe. Du hast eine Krab-Chatt, das ist dein Problem. Was ist das? Ich habe uns aus dem, nicht? Ja, gut gemacht. Komm, wir haben ein bisschen Essen und zurück. ریf ist. Du denkst, es wäre weirder, wenn ich mich rausgepacken würde? Oh, unglaublich. diese jugend wahrscheinlich steht die donna auch auf ihn sie weiß es das war's wir vergessen wieso spricht er nicht der gefesselte mann verräter er macht gar nichts der freundlichste von allen ich bin mir da nicht so sicher ich bin mir da nicht so sicher ich glaube jetzt wird er mit uns reden das ist schon dunkel bewegt sich so eine schlechte idee das ist schade wir sollten uns die polizei vorhin wahrscheinlich wäre es mit einer korsche vielleicht ein asbo ich denke das schiff ist jetzt nicht was denkst du schein zu schön oh 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 wenn ihr redet ja sprich erscheinung so so you can speak and apparently you know is becky your friend her netzer zeit nicht so so bin ich dumm mit in den los ich glaube er tut mir nichts so zack 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 zufrieden sprich weiter das das nicht nicht ist wir hatten eine abmachung wir hatten ein deal erinnert du findest es schwierig zu tun zu tun was ist diese Therapie bitte ich habe genug von meiner so Emma wie du sie letzte Nacht er gibt hin oh genau der Telefon nicht ich bin interessiert das ist das was ich sagen würde ihr zwei sollten okay okay lol du bist ich so zähle zähle die tage ist übertrieben wahrscheinlich es wird zu einer Therapie hier was soll das heißen was soll das heißen von mir aus wieso fragt er nicht warum er hier ist oder wie es weitergeht habe ich das wirklich gesehen habe ich das wirklich gesehen magie komm was 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 ja okay mit oh gott die grünen augen hey komm was warte ich warte ich warte jetzt spricht er nicht mehr jetzt spricht er nicht mehr danke becky danke becky das war meine nachricht ja wir brauchen einen plan komm wir gehen jetzt einfach und lassen den hier gefesselt natürlich ich ich habe ich werde zurück wahrscheinlich redet er wirklich nur mit mir und nicht mit becky und so oder wenn uns jetzt hier alle verwirren was war mir warm gelassen ja bestätigen es ja bestätigen es ich habe es aber es ist okay jedenfalls wahrscheinlich sollten wir ins Bett gehen wo ist dein schulbeck Donna was von diesen fragen bleibt cool ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht du hast uns mit deinen Präsenz jetzt ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich komme nicht ich weiß nicht auch ihr habt ihr Was auch immer. Ach komm, jetzt lass mal sein. Ich hab's doch wusste, dass das passiert. Ach, wen rufen wir dann weg, he? Der wird auch wahrscheinlich nicht wahr sein. Becci, lass mir ein Messer. Becci. Das stimmt nicht. Warum ist dein Telefon ab? Telefon mich zurück, wenn du das bekommst. Ich bin auf meinem Weg über. Wir werden jetzt wahrscheinlich... Sachen sehen, die uns nicht gefallen. Aus dem Weg. Aus dem Weg. So, links oder rechts? Ach, rechts. Ach, Dona. Jetzt macht es nicht mehr so viel Spaß, rebellisch zu sein. Keiner mag uns. Wo ist die Schule? Hm, bin ich hier richtig? Das kann was werden. Wir sind da. Was ist das überhaupt für ein Gebäude? Was ist hier los? Wenigstens ein bisschen sicher. Bin jetzt fair. Ist überhaupt irgendwas passiert? Nein, habe ich nicht gehört. Telefonproblem. Nein, ich bin nicht aus der Batterie. Was? Ich habe versucht, dich zu bemerken. Oh, richtig. Ja, ich habe es aus dem Batterie gewechselt. Zeit diplomatisch. Wir sollten wahrscheinlich unsere Phones aufbauen. Alltags von jetzt an. Okay, cool. Bis zum nächsten Mal. Wer ist denn der Mann? Jetzt redet er. Nicht in der Stimmung. Ist es deine Schwester? Ja, komm, wir packen eins aus. Und das ist das letzte, was wir darüber sprechen. Ich dachte, wir könnten unsere Gespräche von früher. Was glaubt er, was das ist? Wahrscheinlich werden wir Freunde sein. Wir werden uns nicht Freunde sein. Also, du sollst mich jetzt aufhören, wenn du mich jetzt aufhören möchtest. Unless du den Boden des Pools sehen willst. Oh. Gut. Was ist damit? Das ist mein Knochen. Du hast mir gestern gefragt. Bist du nicht geflohen? Du könntest es aufhören. Was machst du hier noch? Du wolltest sehen, was es ist, was ich tun kann. Wolltest du noch sehen? Ja. Dann lösen meine Resteinungen. Ist doch jetzt auch schon egal. Ich glaube, der tut mir nichts. Wahrscheinlich würde er mich bekehren. Oh, jetzt wird es grün. Ein Vogel. Ein Engel. Okay. Ash, was machst du hier? Oh, nicht gut. Ich hatte eine Gefahr, dass du ein secretes hältst. Ich war über dich. Oh Gott. Ich kann das erklären. Das ist nicht, was es aussieht. Es ist nur ein Spiel. Also, ich habe dich hier geführt. Ich habe wartet draußen, um zu sehen, ob du es warst. Bitte, Ash. Jetzt läuft alles aus dem Ruder. Oh, hilfst du mir? Oh nein. Bitte jetzt nicht töten. Aufhalten, ja, aber nicht töten. Er nimmt sie mit nach Hause. Oh nein. Bitte nicht töten. Oh, oh. Hat das sie jetzt vollkommen aus der Welt geschafft? Ich frage mich jetzt, ob die Ding auch, die Erinnerungen an sie noch bleiben. Okay. Das war ja mal was. Hier ging es ja richtig los in Kapitel 2 bei jedem. Oh, ich freue mich schon auf Kapitel 3. Und das werden wir dann zusammen im dritten Part anschauen. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne unsere anderen Videos an. Abonnieren. Auf Twitch will mir vertreten. Falls euch das Spiel gefallen hat, lasst mal ein paar Kommentare da, wie es euch derzeit gefällt. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017